ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen playlist diesmal geht es nicht um wirtschaft sondern um informatik informatik fangen mit programmieren an und zwar mit der cloud basierenden online oberfläche scratch diesmal in der version 3 einfach google scratch 3 eingeben und der erste treffer der löst das ganze ganze schon aus hier auf ausprobieren klicken und hier haben wir schon die entsprechende oberfläche ja falls die befehle nicht auf deutsch kommen sollten dann einfach hier auf die weltkugel klicken dann kann man seine sprache einstellen und dann ändert sich entsprechend die oberfläche so wenn man dieses fenster öffnet ist das standardmäßig immer eine katze zu sehen die ist da so und mit der fangen wir auch an entsprechend zu programmieren der erste befehl wäre gehe 10 10 schritte so das heißt wenn ich hier draufklick kann ich die auslösen und die katze bewegt sich nach rechts und ich kann sie aber hier auch mit der maus wieder nach links schieben gleichzeitig sieht man hier auch die x und y position je nachdem wo ich die katze positioniere ändern sich natürlich die koordinaten das kann ich dann später auch dafür hernehmen dass ich nicht noch sagen kann gehe 10er schritte sondern ich kann zum beispiel sagen gehe zu x y also zur entsprechenden position wenn ich nicht weiß wo ich mich befinde gibt es hier einen entsprechenden trick wenn ich mich hier entsprechend positioniere dann ändern sich diese koordinaten ja also wenn ich jetzt hier die katze habe und ich habe hier 168 109 dann kann ich das hier nehmen hier reinschieben kann die katze neu positionieren und dann entsprechend zum beispiel auslösen und die katze geht genau wieder zu dieser position die hier vorher eingestellt habe ja was haben wir hier noch wir haben hier die beschreibung um was ich handel die figur 1 sie ist sichtbar kann ich auch ausblenden einblenden ich kann auch die größe entsprechend einstellen also wenn ich hier sagt 90 dann wird die katze etwas kleiner wenn ich sage schon mal 110 da wird sie noch ein bisschen größer und die richtung die kann ich auch bestimmen die schaut jetzt praktisch 90 grad nach rechts oben hätten wir die 0 grad hier hätten wir dann minus 90 grad und hier unten dann die 180 ok lassen wir sie mal in die richtung schauen und schauen wir uns die katze noch mal genauer an hier müssen wir entsprechend die katze ausgewählt haben und dann schauen wir mal in den bereich kostüme rein da fällt zum beispiel schon mal auf hier ist ein zweites kostüm angelegt auch schon standardmäßig drin das ist sonst bei anderen figuren nicht der fall wenn man eine andere figur haben möchte dann kann man hier drauf klicken dann kann man hier entsprechend noch figuren zuweisen das machen wir jetzt noch nicht wir schauen uns mal die katze noch mal genauer an also wir haben jetzt hier zwei kostüme wofür was könnte das gut sein wenn wir uns mal das genau anschauen wenn wir hier mal sagen okay ich möchte hier nach rechts laufen dann schaut es natürlich so ruckelig aus als ob man einfach nur ein bild nach rechts bewegt wenn man den eindruck vermitteln möchte dass die katze läuft dann könnte man sagen okay wir bleiben bei diesem befehl mit den 10er schritten dann holen wir uns einen neuen befehl zum beispiel aussehen und hier haben wir den befehl nächstes kostüm und jetzt sieht man auch wie einfach das ist hier den befehl die befehle zusammenzusetzen oder das programm zusammenzusetzen letztendlich man klickt es hier einfach hier zusammen schiebt es einfach in die nähe und schon hüpft es dahin wenn man code teile nicht mehr braucht kann man die entweder wanders parken oder einfach hier nach links ziehen und dann müssten sie verschwinden tun sie auch genau so und wenn ich jetzt sage gehe 10er schritte und nächstes kostüm dann schaut das ganze so aus als ob die katze laufen würde ja jetzt ist es natürlich nicht in meinem sinne hier daumen mit der maus drauf zu klicken sondern ich möchte dass das ganze fortwerden fortlaufend aus ausgelöst wird deshalb brauche ich eine steuerung eine steuerungs gut und da kann ich zum beispiel sagen wiederhole fortlaufend und dann kann ich diesen befehls block hier rein klemmen so und wenn ich den jetzt hier auslau auslöse dann läuft die katze los und aus dem bildbereich heraus jetzt können wir noch was dazu programmieren übrigens wenn ich die katze hier nicht mehr greifen könnte also hier am schwanz habe ich sie noch ein bisschen erwischt dann kann ich einfach den x wert hier auf 0 setzen und ich habe die katze wieder im bild und kann sie dann wieder frei positionieren so schauen wir doch mal was wir machen können dass die nicht aus dem bild raus läuft bei bewegung oder irgendwas finden genau also hier hammer pralle vom rand ab so und jetzt immer hier drauf klicken dann läuft die katze praktisch hin und her was mich jetzt noch stört ist dass die katze beim zurücklaufen auf dem kopf steht da gibt es zwei möglichkeiten wie man das verändern kann einmal setzte drehtyp also entweder als befehls block auf links rechts oder man kann auch hier sagen bei richtung drehtyp links rechts kann man hier auch einstellen und wenn man die jetzt diesen befehl auslösen dann ja jetzt läuft die katze natürlich entsprechend im winkel weil ich den hier nicht richtig eingestellt habe ein moment das haben wir gleich richtung machen wir hier wieder auf 90 90 grad ok und dann läuft die katze genau gerade nach links und nach rechts so dann brauchen wir eigentlich ein auslösereignis natürlich kann man hier entsprechend mit der maus draufklicken aber hier haben wir fähnchen entweder dieses fähnchen dass man hier verwenden oder man macht es so dass man hier eine taste entsprechend zuweist also wenn ich sage wenn die taste leertaste gedrückt wird dann fängt die katze zu laufen an ok so der weiße hintergrund der ist ein bisschen langweilig das heißt ich brauche hier unter bühne könnte ich mir ein bühnenbild aussuchen an den hintergrund wenn ich hier drauf klicke dann komme ich hier in den bereich wo ich mir bühnenbilder aussuchen kann ich nehme mal diesen blue sky hier und falls mir diese hintergrund nicht zusagt oder mir zu langweilig ist dann kann ich auch noch her gehen hier drauf gehen und dann unter bühnenbilder kann ich entsprechend zum beispiel sagen okay ich möchte hier was einfärben je nachdem oder was dazu malen oder den den hintergrund des des himmels entsprechend ändern also je nachdem wie kreativ ich da sein möchte ok 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 ok